willkommen zu einer weiteren folge let's play clash of clans mit mir dem thorsten ihr seht ich muss schon wieder so ein kleines bisschen lächeln und das ganze startet heute auch noch ein bisschen anders nämlich so ein bisschen in großformat aber einige haben mich auch schon in real life gesehen und wissen wie was für wie riesig eigentlich tatsächlich bin und wie klein das eigentlich immer so vor der kamera ist wenn ich so unten in der ecke bin die da in der ecke aber worum geht es eigentlich es geht um ein geschenk ja es geht um ein geschenk ich bekomme ja immer oder nicht nicht immer oder ab und zu mal tatsächlich kleiner geschenke von der community also mit kleineren geschenken meine ich natürlich ihr seid ihr mein streams ihr guckt immer meine videos und seid immer bei uns hier im discord spielt mit mck und so weiter das sind natürlich auch für mich immer nettigkeiten und es geht dabei eigentlich auch nicht in wirklichkeit um mich sondern es geht ja eigentlich um euch um die community und dafür bin ich schon mal sehr sehr dankbar aber es gab auch schon mal im letzten jahr vor allen dingen jemand der mir so ich sag mal so hat hart sachen geschenkt hat hart sachen in form von nüssen ich habe die hier noch mal ausgepackt beziehungsweise die die grünen nüsse werden jetzt durch den green screen nicht richtig zu sehen aber wie es wasabi nüsse heftiger tobak muss ich sagen da kann ich höchstens zwei stück von im jahr essen aber wenn ich hier nette gäste habe den biete ich immer fast immer wasabi nüsse an die fragen natürlich immer tote was ist du für erdnüsse im stream wasabi was sonst extra scharf aber es gab dann auch noch jemand der hat mir peanuts riegel geschickt aus den usa aber ich glaube die gibt es letztendlich auch über den onlinehandel aber fand ich natürlich eine super super nette geste das paket kam fürchterlich kaputt hier an hat so einen endlos langen weg habe ich gehabt und es waren elf riegel glaube ich war es oder zwölf riegel peanuts drin oder zehn riegel ich weiß es nicht mehr auf jeden fall musste ich dermaßen um diese peanuts riegel hier kämpfen dass ich überhaupt ein abkriege denn die haben so dermaßen gut geschmeckt dass natürlich auch andere leute die hier wohnen meine söhne die immer ganz gerne so gegessen haben so nach dem motto noch ein vielleicht bitte 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 und ja also die habe ich gehütet und da habe ich auch lange ran geknabbert muss ich sagen weil da habe ich dann höchstens mal so einen halben so irgendwo so abends in den streams geschafft oder so die waren auch heftiger tobak also nichts für so schlanke leute wie wir es ja eigentlich alle fast alle sind sein wollen was auch immer aber egal nichtsdestotrotz ich nehme diese folge jetzt am sonntag auf ich habe morgen geburtstag ich habe morgen geburtstag und lasse mich eigentlich ganz ganz ungern beschenken muss ich sagen ich lasse mich ganz ungern beschenken denn ich bin nicht so ein ich also ich kann schon danke sagen aber es ist mir dann unheimlich unangenehm dass ich etwas bekomme wo ich nichts eigentlich nichts für getan habe und das ist mir dann so ein bisschen ja wie soll man sagen irgendwie so so peinlich so fremdschämen oder so weiß ich nicht dass ich mag das einfach nicht ich kaufe mir meine sache immer alle selber wenn ich sie mir nicht selber kaufen kann dann muss ich dafür sparen oder muss dafür irgendwas tun aber ich lasse mich halt ungern beschenken aber tatsächlich kam dann am samstag allerdings schon ein geschenk bei mir an und zwar so ein weißer kasten hier ein einfacher weißer kasten aber ihr ahnt es schon ich habe ja in den letzten wochen viel mit technik rumgerungen und das haben wahrscheinlich so die ein oder anderen leute aufgeschnappt keine ahnung und haben sich gedacht mensch der toto ja der geburtstag da schenken wir ihm mal was ordentliches und tatsächlich wird das jetzt wahrscheinlich das schnellste unboxing der welt werden meine liebe gemeinde hat mich ich wollte jetzt gerade sagen zum zum harten verräter gemacht aber sie haben mir ein ipad geschenkt und das ist ja es ist wie soll ich sagen ich bin ich bin und war sprachlos als das ding hier ankam bzw als ich davon überhaupt erfuhr denn ich war ja schon nah dran mir das ding selber zu kaufen dann hat man mich noch gestoppt und ich wollte jetzt gerade sagen man hat mich jetzt hier zum apple verräter gemacht aber ich wollte mich natürlich bei den leuten bedanken ich glaube das ganze hat den angriff genommen der gerry ich glaube das ist so ein bisschen der initiator ist schon ewig bei mir mod und auch bei mir in der community ich bei ihm und so weiter danke an kompletter also viele kenne ich natürlich auch persönlich danke an michel danke an robin danke an sascha sexpistel danke an telefon hätte ich nicht damit hätte ich nicht gerechnet vielen lieben dank danke die chris danke ich muss das ein bisschen ablesen general nügen hat sich auch daran beteiligt super sache ehrlich und herr stransky ist dabei aus dem tiefsten ich glaube erst aus dem tiefsten bayern wo das aus österreich ich weiß es gar nicht mehr aber auch die lieben dank auch den habe ich in hamburg kennengelernt dem mobile gladiator der ist auch dabei ganz ganz toll der home button und last but not least die katie monster karte also ihr kennt sie wahrscheinlich aus meinen streams schon länger nicht mehr aktiv aber trotzdem finde ich eine sehr sehr faire und sehr sehr tolle geste von euch das so zu machen und ich wollte das einfach in so einem video jetzt auch für euch so ein bisschen verpacken denn wir haben uns ein bisschen schwer getan das ganze ding einzurichten nach gefühlten 120 jahren android das erste mal mit dem apple gerät also mit so einem pad gerät wir haben hier ja schon ein telefon im haushalt aber jetzt mit dem tablet waren wir dann auch eher unbedarft und das hat man dann am sonster auch gemerkt also hätten hätten wir samstag gestreamt das haben wir nicht getan dann hättet ihr euch kaputt gelacht wie sich so 50 jährige abkrampfen um so ein ipad mit 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 apple id und allem drum und dran in betrieb zu nehmen denn ich war auch nicht der einzige der das jetzt oder der der das jetzt so bekommen hat aber last but not least möchte ich natürlich auch ganz gerne mit euch jetzt daran spielen das format ist ein bisschen anderes das kennt ihr sicherlich von anderen youtuber oder auch aus anderen videos aber ich hatte immer so ein bisschen das gefühl unter umständen hilft hilft es wenn ich vor allen dingen das ganze hier so ein bisschen mobil für euch mache und beziehungsweise wenn ich das ganze einfach ihr seht das ja mein gedanke war immer das ganze so ein bisschen kabellos zu betreiben ich meine ich habe das wandert natürlich gleich in meinen ständer aber um so ein bisschen auch meine angriffe ich will nicht sagen qualitativ besser rüber zu bringen aber um auch mal ein anderes format hier rein zu bringen und ich habe einfach das gefühl mein android ist jetzt auch schon ein bisschen jahre gekommen das habt ihr vielleicht meine live streams gesehen wenn ich davon dann mal aufgenommen habe und da waren mal eben zwölf oder 15 hexen im bild mit ihren ganzen vielen skeletten dann hat das schon ganz schön gekränkelt ich auf kurz über lang hätte ich mir sowieso irgendwas neues geholt aber fürchterlich lieben dank leute und jemand anders hatte mir noch noch was besorgt also ein riesengroßes danke an euch und ich weiß das in jedem fall zu schätzen und ich gebe das auf jeden fall in den streams in den videos an euch wieder und aber ich würde sagen wir wechseln jetzt mal das format da habe ich nämlich auch noch eine frage an euch und da machen wir natürlich na klar machen wir auch mal ein bisschen clash of clans heute denn ich habe gestern schon mal es so ein bisschen angetestet aber wirklich nicht so viel weil ich kenne es natürlich noch nicht und einige sachen da habe ich mich auch ein bisschen schwer getan aber wir schalten jetzt mal kurz um und da machen wir mal vom overlay her eine etwas andere weiter folge ja und ihr seht dass das overlay ist ein bisschen was anderes als es ist zwar immer noch das 16 zu 9 format was er im video sieht aber das ipad hat natürlich ein etwas anderes format als als tablet und über mir ist natürlich jetzt ein bisschen platz und ihr wisst selber ich gehe mal eben schon mal in die suche rein dass ich jetzt nicht so dieser der grafik fuchs vom herren bin also ich suche jetzt unter umständen vielleicht ein cooles overlay was auch so ein bisschen warme farben hat oder so also so ein bisschen was wo wir ja wo wir uns mit identifizieren können also es sollte schon irgendwas mit clash of clans sein ich habe in dem live stream ja schon so ein so ein bewegtes bild gehabt aber ich glaube das triggert einen auch ganz ganz derbe aber ich hätte schon irgendwas im overtop hier also über mir um das irgendwie sind sinnvoll würde ich mal sagen zu füllen ich meine ich könnte das jetzt auch wieder in die mitte ziehen wie beim android aber ich glaube dass es dann auch doof noch auf beiden seiten dann wieder diesen ranzuhaben von dem wollte ich auch schon ein bisschen weg aber da kommst du halt beim android tablet bereich zumindest kommst du da nicht von weg im handy bereich schon und naja ihr wisst schon was ich meine also vielleicht habt ihr eine coole idee oder so schreibt es mir ruhig in die kommentare oder ich habe ja immer so ein video link unter meinen videos da könnt ihr vielleicht auch eine dings reinpacken photoshop datei die ich lesen kann oder was auch immer vielleicht ist da jemand so kreativ und denkt sich mensch der toto der brauchte aber was ganz dringend ist und was cool ist das kann auch ruhig so ein bisschen so so wie ich ich bin ja jetzt auch so ein bisschen ganz ganz leicht hier mit der seite im spielebild ich wollte mich jetzt auch nicht so ultra klein machen hier war den immer mal mit den immer mal mit hier und deswegen habe ich gedacht ja vielleicht dass da seid ihr sicherlich immer oder da seid ihr sicherlich etwas besser als das ich es bin was habe ich da ja ok ich wollte erst mal die lund setzen als ich sicherlich bin und ich bin da wirklich nicht so bedarf ich bin echt nicht der grafiker oder oder so das ist das ist wirklich eine sache die ich mal so gar nicht kann ich meine ich kann immer viel mit computer ich kann manchmal auch ein bisschen was mit mobilgeräten aber aber so wirklich also grafiken das war noch nie meine welt das seht ihr ja auch eigentlich so ein bisschen an meinen thumbnails dass das noch nie so wirklich meine meine welt war die waren dann auch immer mehr recht als schlecht und auch das hier ist gerade mehr recht als schlecht die queten sollte auf jeden fall sterben jawohl und die müsste jetzt aber wieso gehen die immer noch nicht rein jetzt müsste sich eigentlich rein quälen das macht sie auch immer noch nicht ganz man 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 was ja ok ich habe jetzt natürlich auch kein loch für sie da geschaffen vielleicht macht der dicke hier vielleicht macht der dicke so gucken wir mal dann können wir glaube ich von hier hinten mit unseren kleinen funnel beginnen dann nehmen wir die beiden noch dabei die beiden yetis auch meine meine queen hat da musste sich schon zünden kann das sein ja die queen musste glaube ich schon gezündet werden an der stelle und dann nehmen wir ich hatte ich habe jetzt nicht so viel von den hocks und ihr habt das gerade gesehen ich tue mich auch noch ein bisschen schwer hier was so ein bisschen das umschalten angeht aber ja mal gucken wir checken mal ich habe hier noch fries dabei und noch einen dicken gift unseren royalen champion schicken wir hier natürlich auch mit rein die hoxie noch mal und hier alter da kommt noch richtig was auf und zu gerade sehe ich okay dann müssen wir noch mal giften ich brauche eigentlich nur den stern ich hatte jetzt meine cb war jetzt nicht ganz optimal aber ich denke mal das rathaus sollten wir noch irgendwie bekommen die ist auch noch damit drin die royale die zünde ich jetzt allerdings dass wenigstens schon mal ein bisschen was auf rathaus geht und packt die das da gegen den scattershot oder auch der worden der ist ja dass der worden ist auf jeden fall weiter weg pecker haben wir da auch noch okay aber wir haben auch noch einen ballernden adler dann wird das halt ein stern ist nicht so schlimm letztendlich wollte ich das ganze ja ich habe jetzt auch kleinere probleme gehabt hier so ein bisschen beim tappen aber es glaube ich nicht nicht ganz so schlimm ich muss jetzt auch noch in den cks ran ich habe auf jeden fall meinen tagesstern da ist er also so richtig zum klischen bin ich heute auch nicht gekommen aber das ganze sind sind natürlich ein bisschen vorbereitung und dann gucken wir mal wie wir hier eigentlich weitermachen ich hoffe die folge hat euch trotzdem ganz gut gefallen also wenn ihr einen coolen vorschlag habt was wir da oben machen können sendet mir das ruhig ein oder schreibt mir in die kommentare oder was auch immer wenn euch das gar nicht gefällt könnte mir das auch natürlich gerne reinschreiben die anderen aufnahmen hören jetzt nicht auf also wer ihr werdet mit nach ihr werdet mich natürlich auch noch in den anderen formaten sehen aber gerade geht wenn es darum geht live was zu machen dann mache ich das glaube ich ganz gerne an dem an dem neuen device hier und es freut mich in jedem fall jetzt ich werde jetzt auch damit mal so richtig vermehrt ein bisschen zocken und mich damit ein bisschen beschäftigen also wir sehen uns in jedem fall in dieser woche danke nochmals an euch danke euch allen natürlich dass immer wieder meine videos guckt und auch die live scenes besucht bis dahin euer toto jetzt ist er übrigens schon 54 wenn ihr das video seht